Ich habe mich für den technischen Zeichner bzw. heute heißt es ja Produktdesigner entschieden, weil ich schon als junges Mädel viel Spaß gehabt habe bei der Technik. Ich bin froh, dass ich den Beruf gewählt habe, obwohl es damals geheißen hat, der Beruf stirbt aus, ist aber nicht so gekommen. Ich bin seit 35 Jahren in dem Job tätig und ich werde es jederzeit wieder tun. Ich arbeite gerne bei der Firma Merck. Es ist ein mittelständisches Unternehmen, wo die Person noch zählt. Man ist nicht nur eine Nummer und jeder kennt jeden. Wir haben ein super Team, mit dem ich zusammenarbeite. Wir haben tolle Sozialleistungen. Zum Beispiel kann man, wenn man möchte, ein Jobrat haben. Es ist auch abteilungsübergreifend. Ich gehe in die Fertigung, kläre Sachen ab. Andere Sachen werden im Team besprochen. Auf Kunden gegenüber haben wir Kontakte. Also es ist sehr abwechslungsreich. Wenn auch Sie Teil unseres Teams werden wollen, dann schauen Sie auf unserer Website nach und bewerben Sie sich. Wir suchen immer nette, tolle Kollegen, die genauso wie ich Spaß am Beruf haben. Also haben Sie die Einzelung besprochen, halt nicht und alle Kinder haben, Ich bin westen Beswaren.